So, wir wollen uns heute mit dem zweiten Teil zur Inflation herumschlagen, in Anführungsstrichen herumschlagen. Heute wird es etwas tricky. Es wird heute etwas tricky, aber nicht zu tricky. Aber es wird schon ein bisschen anspruchsvoller heute. Okay, also wir werden folgende Themen heute behandeln. Erstmal, wenn wir uns den Markt anschauen, eine Definition und ein paar Märkte werden wir uns angucken, um mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, für das ganze Thema. Dann gucken wir uns an Angebot und Nachfrage auf einen speziellen Markt. Dann, wie ein Verhandlungsprozess so aussieht, wie die Preisbildung aussieht. Und schließlich kommen wir dann zur Essenz. Das werden die heutigen Themen sein. Und damit erstmal herzlich willkommen zu Wissen, Analysen und Inspirationen. So, wir fangen mit einem Zitat von Margaret Thatcher an, der eisernen Lady. Die eiserne Lady. So hat sie ausgesehen. Oder sieht es immer noch so aus. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Egal. Auf jeden Fall war das eine knallharte Verhandlerin. Und die hat gesagt, wer sich dem Markt widersetzt, wird vom Markt bestraft. So knallhart sind die Märkte, liebe Leute. Also, wollen wir uns lieber nicht bestrafen lassen. Das heißt, den Märkten sich nicht widersetzen. So, jetzt schauen wir uns erstmal einen Markt an. Oder beziehungsweise die Definition gucken wir uns erstmal an. Also, ich bin ja wirklich ein Fan von präzisen Definitionen. Ich handle auch nicht immer präzise. Aber ich möchte, ich liebe doch irgendwo eine gewisse Präzision. Auch wenn ich nicht immer präzise bin, natürlich. Aber ich habe natürlich irgendwie den Anspruch, liebe Leute. Den darf man ja wohl erstmal haben. Okay. Also, wenn wir jetzt gleich nochmal in Wikipedia gehen, da sehen wir diesen Satz dann nochmal. Ich habe den aus Wikipedia wieder abgemalt. Ich erwarte natürlich jetzt von Wikipedia keine wirklich hochpräzise Definition in einem Eröffnungssatz. Aber da steht zum Markt, also der Begriff Markt bezeichnet allgemeinsprachlich einen Ort, an dem Waren regelmäßig auf einem meist zentralen Platz gehandelt werden. So, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, dann werde ich schon wieder so ein bisschen stutzig hier. Dann frage ich mich, was denkt sich denn eigentlich der Verfasser? Also, das spricht ja hier von Ort und dann hier von Platz. Also, soll das jetzt heißen, der Ort, sagen wir mal, das ist Hamburg. Und in Hamburg gibt es dann so einen Platz, wie zum Beispiel hier bei mir um die Ecke, so einen Marktplatz. Und ist das dann damit gemeint, dass innerhalb einer Stadt oder eines Ortes dann ein zentraler Platz ist, der sogenannte Marktplatz, wo dann irgendwas gehandelt wird. Ich frage mich, was das hier soll. Ich frage mich wirklich, das ist tatsächlich so. Ich frage mich das. So, dann schauen wir uns doch erst mal jetzt hier auf meiner Lieblingsseite hier. DWDS, der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. 1600, liebe Leute. Das sind immerhin hier so schlappe 500 Jahre oder so. Schauen wir uns mal an, was hier unter Markt steht. Also, hier sieht man übrigens auch immer so die Häufigkeit des Gebrauchs von diesem Wort hier. Das finde ich schon wirklich, was hier alles gemessen wird. Hier wird wirklich die Häufigkeit gemessen, wie dieser Begriff Markt nachgefragt wird. Wahrscheinlich in den Suchmaschinen oder so. Also, jetzt möchten wir uns erst mal kurz wissen, wie der Markt hier definiert ist. Also, hier sehen wir auch Bedeutung in Sphäre des Warenverkehrs, Gesamtheit, der Vorgänge, des Kaufs und Verkaufs. Also, das ist hier natürlich auch irgendwie, hier erwarte ich aber jetzt auch keine hohe Präzision. Das erwarte ich dann schon eher in Wikipedia. Und hier sehen wir aber, wo das herkommt, nämlich aus dem Lateinischen Mercatus, Handel, Kauf und Verkauf, Jahrmarkt, Markt. Und abgeleitet von dem Verb Mercari, Erhandeln, Handeln, Erkaufen. So, und jetzt wird es nämlich hier schon interessant. Hier steht nämlich Handeln, Erhandeln und Erkaufen. Vor allem dieses Handeln. Das ist das Entscheidende. Die Verhandlungen. Die Verhandlungen auf den Märkten. Was übrigens eben nur in der Marktwirtschaft möglich ist. In der Planwirtschaft wird nicht verhandelt. Also, das ist hier schon mal die entscheidende Geschichte hier. Das Handeln und Verhandeln. So, wieder was dazugelernt, nämlich etwas Latein. Dann hier ist Wikipedia. Und hier ist genau dieser Satz, den ich hier abgepinselt habe. Das ist der hier. Da steht er nochmal. Das ist eben der Eingangssatz hier zu dem Begriff Wikipedia-Markt, an den ich mich jetzt so ein bisschen aufhänge hier. Liebe Leute, so, das gucken wir uns nochmal, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen für die Materie. Schauen wir uns mal an, was es hier so für Marktstrukturen gibt. Hier, sämtliche klassischen volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren werden auf Faktormärkten gehandelt. Und zwar die Arbeit auf dem Arbeitsmarkt, Boden auf dem Immobilienmarkt, Güter- und Dienstleistungen auf dem Gütermarkt, Geld auf dem Geldmarkt und Kapital auf dem Kapitalmarkt. Was würde hier wieder vergessen, liebe Leute? Richtig. Wissen. Der Markt für Wissen. Das ist neuerdings auch ein Produktionsfaktor. Kommt hier irgendwie nicht so ganz vor. Also die neuere Lehre, die neuere wissenschaftliche Lehre, da wird immer das Wissen als eigener Produktionsfaktor jetzt gesehen. Den hat man aus Arbeit herausgelöst, weil dieser Faktor Wissen immer wichtiger wird. Und es gibt ja auch Märkte für Wissen. Es gibt zum Beispiel einen Markt hier für Kurse, für Tutorials und was ich, Hochschulen, Schulen, irgendwas, Privatschulen. Es gibt natürlich Märkte für Wissen. Ist doch völlig Logo. Warum steht das hier nicht? Also, hier auch schon wieder irgendwas, irgendein Mangel hier. Bei Wikipedia. Geht eigentlich gar nicht, liebe Leute. Okay. Wollen wir nicht so kleinlich sein. Dann hier nochmal zum Beispiel, es wird nochmal unterschieden zwischen Konsumgütermärkten und Investitionsgütermärkten. Also Konsumgütermärkte ist das, was den normalen Konsumenten auf der Straße hier betrifft. Und Investitionsgütermärkte ist eben das, was die Unternehmen so nachfragen. Nämlich Investitionsgüter, Maschinen und Werkzeuge und solche Dinge. Also etwas anspruchsvollere Dinge. Nicht für den täglichen Gebrauch. So, jetzt haben wir mal uns da ein bisschen umgeguckt. Und dann haben wir hier noch zum Beispiel Marktversagen. Also Oligopol und Monopol und diese ganzen Geschichten. Das wird auch nochmal natürlich eine eigene Sendung hier werden. Das kann man jetzt heute hier nicht alles bearbeiten, leider. Ist aber alles sehr interessant, liebe Leute. So, hier nochmal zu dieser Definition, die ich hier so anprangere. Ja, ich prangere diese Definition an. So, ich warte mal was, was hier genau. Was erwarte ich mir denn von einer Definition eines Marktes? Ja, da möchte ich wissen, wo. Wo das stattfindet, was da stattfindet, wer da handelt, wie da gehandelt wird, wann gehandelt wird und warum gehandelt wird. Ja, vielleicht habe ich auch da noch was vergessen. Ja, aber zunächst mal kommt es mir einigermaßen vollständig vor. Das Einzige, was mit dieser Definition von Wikipedia jetzt beantwortet wird, ja, aber auch nur halb, das ist das Wo. Das Wo nur halb, weil mich dieses Ort und Platz, weil mich das komplett irritiert und außerdem wurde da noch was Wichtiges vergessen. Sehen wir gleich. So, was, was war unvollständig, ja, es werden ja nicht nur Waren gehandelt, ja, es werden auch Dienstleistungen gehandelt, okay. Dann wer handelt, kam gar nicht vor, wie gehandelt wird, war unklar, ja, wann gehandelt wird, war falsch, ja, und warum gehandelt wird, hat auch gefehlt, ja. Also wir sehen hier, was sehen wir hier, eine völlig mangelhafte und unvollständige Definition, liebe Leute. Vollständig würde sie meines Erachtens so aussehen, ja. Und jetzt bitte festhalten, ja, festhalten. Also meines Erachtens müsste eine Definition von Markt so aussehen, ein Markt ist ein virtueller oder tatsächlicher Ort, ja. Virtuell deswegen, weil es jetzt auch immer öfter irgendwo im Internet stattfindet oder sonst irgendwo, ja. Da gibt es keine Plätze mehr, keine festen Plätze in dem Sinne, ja. Auch der Börsenhandel findet irgendwo im Netz statt, ja, und der Devisenhandel und Pipapo, ganz viele Märkte sind schon irgendwo mehr oder weniger virtuell. Liebe Leute, ja, und nichts mehr körperliches. Also ein Markt ist ein virtueller oder tatsächlicher Ort, an dem bezüglich materieller oder immaterieller Produkte und Dienstleistungen, also hier ist dann auch eben das Wissen dabei, ja, immaterielle Produkte, und Dienstleistungen von Anbietern und Nachfragern über Preise, Qualitäten und sonstige Eigenschaften regelmäßig oder auch unregelmäßig verhandelt wird. Da haben wir die Verhandlungen jetzt, ja. Wird und, falls eine Einigung erfolgt, Kaufverträge geschlossen werden, ja, und das Eigentum dann übertragen wird. Märkte garantieren somit eine faire Preisbildung, ja. Das ist meines Erachtens eine einigermaßen vollständige Definition. Wahrscheinlich habe ich auch noch was Wichtiges vergessen oder irgendwas Unwichtiges, weiß ich jetzt nicht. Meines Erachtens ist es das, ja. Also mindestens, mindestens würde ich sagen. Okay. Leute, alles immer mit Humor, ja. Immer alles mit Humor. Es ist ja alles, es ist ja auch immer ein bisschen Spaß dabei, ja. Nicht alles so ernst. So, jetzt schauen wir uns mal Angebot und Nachfrage an, ja. Das ist ja ein wichtiger Teil, ja, haben wir gesehen von dieser Definition, Angebot und Nachfrage. So, jetzt schauen wir uns mal einen Markt an, wo hier so ein schickes Auto hier gehandelt wird, ja. Für ungefähr Preisklasse, ungefähr so, was ich, Anfang 20.000 Euro. Was könnte das sein, irgendwo ein Peugeot, ein Citroën oder irgendwie sowas oder ein VW, ja, egal. Wir haben auf jeden Fall vier Anbieter, also wir haben vier Autos, ja, vier Anbieter von jeweils einem Auto und dann haben wir vier Leute, die nachfragen, ja. Genau dieses Auto. Oder, was heißt dieses, nicht das eine einzige, sondern das sind halt vier Autos, gleiche Qualität, gleiche Güte, mehr oder weniger, ja. Also wir haben vier Anbieter, also vier Autos und Nachfrager wollen auch vier Autos haben, ja. Vier Leute wollen vier Autos. So, was geht denn jetzt in den einzelnen Köpfen so vor, ne, das muss man sich mal fragen, ja. Bei den Anbietern, da gibt es einen Anbieter, der möchte mindestens 18.000 Euro haben, ja. Dann gibt es einen zweiten, der möchte mindestens 20, ein dritter mindestens 21 und ein vierter möchte mindestens 22.000 Euro haben, ja. Ja, mindestens. Kann auch gerne mehr sein, natürlich, ja. Also die Anbieter haben immer Mindestpreise im Kopf, ja. So, und jetzt, wie sieht es bei den Nachfragern aus? Die Nachfrager, die haben Maximalpreise im Kopf, ja. Ich möchte maximal das und das und das bezahlen, ja. Großer Unterschied. Anbieter Minimalpreise, Nachfrager Maximalpreise. So, da haben wir einen, der möchte maximal 18 bezahlen, ein zweiter maximal 20, ein dritter maximal 21 und ein vierter maximal 22.000 Euro. Das sind zunächst mal unsere Startvoraussetzungen für unsere jetzigen Analysen, liebe Leute, ja. Okay, jetzt kommt's, jetzt wird's spannend, ja. Jetzt kommen die Verhandlungen, ja. So, jetzt werden, jetzt werden erst mal die einzelnen Preise so abgeklopft, ja. Da kann man jetzt von unten nach oben gehen, ja, oder von oben nach unten oder man kann auch in der Mitte anfangen, ja. Die Anbieter, die Anbieter werden jetzt erst mal versuchen, so zu ergründen, wie denn so die Zahlungsbereitschaft bei den Nachfragern so ist, ja. Wie auch immer die das machen, ja. Wie gesagt, man kann da von oben nach unten gehen, von unten nach oben. Es kann sich da jetzt einer in die Mitte stellen, ja. Wir stellen uns mal vor, es stellt sich jetzt einer in die Mitte hier, ja. Und der schreit dann laut irgendwelche Preise aus und dann sollen die Leute die Hände heben, wer bereit ist zu diesem Preis zu kaufen oder zu verkaufen, ja. Stellen wir uns das einfach mal so vor, ja. Also, es stellt sich einer in die Mitte, ja, und sagt, wer ist denn bereit für 18.000 Euro dieses Auto entweder zu verkaufen und zu kaufen, ja. Okay, dann meldet sich jetzt bei den Anbietern einer, ja, nämlich der, der mindestens 18.000 Euro haben will, ja. Die anderen sind schön ruhig, weil die wollen alle mehr haben, ja. Also, ein Anbieter meldet sich und bei den Nachfragern für 18.000 Euro, da melden sich alle vier, ja. Alle vier, alle vier würden für 18.000 Euro dieses Auto gerne kaufen, ja. Also, da aber nur ein Anbieter da ist, ja, kommt leider nur ein Umsatz zustande, ja. Nämlich einer würde dann kaufen und einer würde verkaufen. Also, Preis 18.000, Umsatz 18.000. Ich hoffe, das ist soweit noch klar, ja. So, jetzt, das wird jetzt, nein, jetzt wird noch nicht gekauft, verkauft. Erstmal werden jetzt die Preise abgeklopft, ja. Jetzt schreit der Mann in der Mitte hier, ja. Wer würde denn für 20.000 Euro verkaufen und kaufen? So, dann würden sich bei den Anbietern jetzt schon zwei, würden sich zwei melden, ja. Nämlich der mit 18 und der mit 20, ja. Beide würden jetzt verkaufen. Bei den Nachfragern wären drei bereit zu kaufen für 20.000, ja. Nämlich der, die, die alle, also die maximal 20.000 eben bieten würden, ja. 20, maximal 22, maximal 21, die drei würden für 20 kaufen, ja. Also, zwei würden anbieten, drei würden kaufen, kommt ein Umsatz von zwei Autos zustande für 20.000 Euro. Umsatz, äh, jeweils, zwei Autos für jeweils 20.000 Euro macht ein Umsatz 40.000 Euro, ja. Das wäre der Umsatz bei dieser Situation, liebe Leute. So, dann wird der nächste Preis abgeklopft, ja. Der Mann in der Mitte schreit wieder, okay, wer ist denn bereit zum Preis von 21.000 Euro zu verkaufen und zu kaufen, ja. Dann sind es bei den Anbietern jetzt drei, ja. Der mindestens 18, der mindestens 20 und der mindestens 21 fordert, ja. Ja, und bei den Nachfragern sind es zwei, ja. Nämlich der, der maximal 21 zahlen würde und der, der maximal 22 zahlen würde, ja. Ja, also haben wir jetzt zwei Nachfrager und drei Anbieter. Das heißt, zwei Autos wechseln die Seite, liebe Leute. Oder würden die Seite wechseln, ja. Ja, zwei Autos zu jeweils 21.000 Euro macht dann zusammen 42.000 Euro, ja. So, und jetzt kommt die, der, das letzte, die letzte, das letzte Abchecken des Marktes, ja. Der Mann geht wieder in die Mitte und sagt, wer würde denn zu 22.000 Euro verkaufen und wer würde für 22.000 Euro kaufen, ja. Da würden hier jetzt alle vier Anbieter natürlich verkaufen, ja. Aber leider eben nur einer würde kaufen, nämlich der für 22.000 Euro, ja. Sodass nur ein Auto die Seite wechseln würde, nämlich zu 22.000 Euro, macht den Umsatz von 22.000 Euro, ja. Also so wird das jetzt abgeklopft hier, ja. So wird der Preis, so kann man sich das in etwa vorstellen, ja. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt ein Modell, ja, ist, diese Preisverhandlungen, die sind unheimlich komplex, ja. Und laufen auch nicht natürlich immer nach dem selben Schema ab, ja. Es gibt ja da Unterschiede, es gibt ja Auktionen und was es nicht alles für Arten von Preisbildung gibt, ja. Aber das war jetzt mal so ein Schema sozusagen, ja. So würde das zum Beispiel auch an der Börse, so wird dann zum Beispiel an der Börse auch, werden hier die Preise auch gebildet, ja. Nach diesem Schema. So, also, wie ist denn jetzt nach der Situation, die wir jetzt analysiert haben, der Preis, welcher Preis würde da jetzt gehandelt werden, ja. Also, es würde der Preis gehandelt werden, zu dem der größte Umsatz stattfindet, ja. Und das ist der Preis zu 21.000 Euro, ja. Und da würden ganze zwei Chasen, ja, würden dann den Besitzer wechseln oder den Eigentümer, ja. Nämlich zum Umsatz von 42.000 Euro. Das wäre genau diese Konstellation hier, ja, zu 21.000 Euro, ja. Da würden jetzt hier drei Anbieter anbieten, ja, nämlich der mindestens 18 haben will, der mindestens 20 haben will und der mindestens 21 haben will. Und wir hätten hier zwei Nachfragen zu dem Preis von 21.000 Euro, nämlich der, der maximal 21 zahlen würde und der, der maximal 22 zahlen würde, ja. Also, zwei Autos würden sozusagen den Eigentümer wechseln, bleiben natürlich dann hier zwei Anbieter übrig, ja, und zwei Nachfragen würden auch leer ausgehen in dieser Situation, ja. Ja, okay, also, was, was kann man jetzt nochmal sagen zu dieser Preisbildung, ja. Also, zum Preis von 21.000 Euro sind drei Anbieter und zwei Nachfrager bereit, einen Kaufvertrag abzuschließen, ja. Warum wird denn jetzt nicht zu 20.000 Euro abgeschlossen, ja. Also, das hier wird realisiert, ja, die linke Seite, warum denn hier nicht zur rechten Seite, ja. Ja, weil natürlich die Anbieter, die checken das natürlich ab, ja, dass da auf der Nachfragerseite, dass die da auch zu 21.000 Euro zuschlagen könnten, ja. Das checken die irgendwie ab, ja, auf die eine oder andere Weise, ja. Entweder sie gehen von den Preisen, von, nicht so wie wir das jetzt gemacht haben, von unten nach oben, ja, von 18 auf 22, sondern sie fangen andersrum an, ja. Ja, sie sagen, wir verkaufen zu 22.000, wer würde denn gerne kaufen, ja. Und so könnten sie es zum Beispiel dann abchecken, ja. Dann würden sie sehen, dass eben bei 21.000 zwei bereit wären, ja, und bei 20.000 auch zwei. Also würden sie sagen, okay, dann nehmen wir natürlich 21.000, liebe Leute, ja, ist doch völlig Logo. Also, so könnte man das machen, ja. Ja, die Anbieter werden durch Preisvariation herausfinden, dass zwei Käufer auch bereit sind, zu 21.000 Euro zu kaufen, ja. Also man sieht schon, Preisbildung ist wirklich ein sehr, sehr komplexes, komplexes Verfahren und ein sehr komplexer Prozess, ja. Das ist ein, da wird kreuz und quer verhandelt, ja, und irgendwas austariert und geguckt, ja. Ja, und das ist auch gerade das Gesunde und Gute, ja, auf Märkten, ja, dass da eben faire Preise gefunden werden, ja. Das kann man nur auf freien Märkten, wo es freie Verhandlungen gibt, wo es eine Transparenz gibt, wo es Konkurrenz gibt. Diese Preisverhandlungen können eben nur da stattfinden und dann werden eben auch die Ressourcen, die volkswirtschaftlichen Ressourcen effizient allokiert, ja, nur wenn hier freie Verhandlungen stattfinden, ja, und die Preise sich frei bilden können, liebe Leute, ja, im Gegensatz zur Planwirtschaft. Aber es ist ein anderes Thema, okay. Also, nochmal, zur Preisbildung, es kann sich natürlich auch so entwickeln, dass sich dann einige Nachfrager überlegen, ja, und dann einfach bereit sind, mehr zu bezahlen, ja. Das kann natürlich durchaus stattfinden, ja, dass dann hier auf der Nachfrageseite gesagt wird, okay, da sind ja noch zwei übrig geblieben, ja, die ein Auto haben wollen, ja, dann überlegen die sich vielleicht, okay, dann zahle ich vielleicht mehr, ja, dass ich auch noch ein Auto bekomme, ja. Oder die Anbieter können sich überlegen, ja, zwei sind ja immer noch da, die ein Auto haben, die können auch sagen, okay, vielleicht gehen wir ja mit dem Preis noch runter, wenn es noch geht, ja. Also, das kann natürlich dann noch irgendwo dann sich wieder ein bisschen ändern, dann das Ganze, ja, und nochmal nachjustiert werden, ja, dass die Leute nochmal zum Überlegen anfangen, nochmal zum Kalkulieren anfangen und dann irgendwie ihr Verhalten ändern, ja, das kann alles stattfinden, ja. Und das ist alles die Preisverhandlung, das ist ein ziemlich komplexer und langwieriger Verhandlungsprozess, haben wir ja schon gesagt, liebe Leute, ja, okay. Okay, so, dann schauen wir uns jetzt mal an, in diesem Gütermarkt, also wir haben jetzt hier über den Gütermarkt, also über den Automarkt gesprochen, ja. Also hier ist also ein Gleichgewicht vorhanden, ja, wenn jetzt das Angebot, ein Angebot und Nachfrage, und genauso lernt man es natürlich immer in den Schulbüchern, ja, Angebot entspricht Nachfrage, ja. Werden gleich viele Autos zu einem Preis X angeboten, wie sie zu diesem Preis X nachgefragt werden, wird der Markt bereinigt, ja, alle bekommen ein Auto, die Preise sind stabil, alle sind happy, ja. So lernt man das in den Schulbüchern. Aber vergisst man meistens immer die Hälfte, ne, nämlich diesen ganzen Verhandlungsprozess, der ja so wichtig ist, ja, mit diesem Annähern an den Gleichgewichtspreis und dieses ganze Verfahren, ja, das wird ganz oft in den Schulbüchern oder in den Lehrbüchern ganz oft so ein bisschen zu kurz behandelt oder vernachlässigt, finde ich, ja. Okay, so, wann haben wir denn jetzt auf Gütermärkten ein Ungleichgewicht? Also natürlich, wenn die Nachfrage zum Beispiel viel, viel höher ist als das Angebot, ja, also werden mehr Autos zu einem Preis X nachgefragt, als angeboten werden, bekommen nicht alle ein Auto, ja. Ja, und einige von denen, von diesen Nachfragen werden sich dann eben überlegen, ob sie nicht mehr bezahlen wollen, ja. Und wenn eben dann sich einige überlegen, mehr bezahlen zu wollen, dann werden eben die Preise steigen, ja. Und dann gibt es sowas wie Inflation, ja, völlig Logo. Okay, so, dann schauen wir uns jetzt mal kurz zwei Arten von Inflation an, ja. So eine haben wir schon besprochen, das ist die sogenannte Demand-Pull-Inflation, ja. Also wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, ja, dann zieht die Nachfrage die Preise hoch, ja. Weil einige von denen sagen werden, okay, dann zahle ich eben mehr, dann spare ich halt woanders ein bisschen was ein, ja. Ich möchte unbedingt ein Auto haben, ja. Ich möchte hier unbedingt so ein schickes Auto und dann zahle ich halt mehr. Ja, und dann steigen die Preise. Demand-Pull, ja. Bei einer Demand-Pull-Inflation erhöht sich eine gegenüber dem Angebot zu hohe Nachfrage die Preise. Erhöht eine gegenüber dem Angebot zu hohe Nachfrage die Preise, ja. So, dann gibt es noch die Kost-Push-Inflation, ja. Da ist es so, dass auf der Kostenseite, also auf der Angebotsseite irgendwo die Kosten steigen, ja, aus irgendeinem Grunde. Also die Anbieter, die Autohersteller zum Beispiel, die Preise für Reifen oder für Metall oder für Glasscheiben oder für die Motoren. Aus irgendeinem Grunde erhöhen sich da die Kosten, ja. Entweder, weil sie sich im Ausland, weil das importiert wird und dort steigen irgendwie die Kosten oder die Devisenkurse ändern sich und die müssen das irgendwie dann deswegen teurer einkaufen oder was auch immer, ja. Auf jeden Fall ändern sich auf der Angebotsseite die Kosten, nämlich sie steigen, ja. Dann müssen die natürlich dann höhere Preise verlangen, ja. Und dann steigt, tendenziell steigen dann in der gesamten Volkswirtschaft irgendwie die Preise, ja. Das wäre dann die sogenannte Kost-Push-Inflation. Bei einer Kost-Push-Inflation erhöhen steigende Kosten auf der Angebotsseite die Preise, liebe Leute, ja. So sieht es aus. So, was ist denn jetzt die Essenz? Barrierefreie Märkte garantieren eine freie Preisbildung, ja. Ja, und den freien Ausgleich von Angebot und Nachfrage. Das ist das Nonplusultra, ja. Barrierefreie Märkte. Die Märkte in der Marktwirtschaft, die müssen immer schön möglichst frei sein von irgendwelchen Einschränkungen, ja, Begrenzungen, von irgendwas, was da irgendwo, diesen Handel, die Verhandlung, Angebot, Nachfrage, was das irgendwie stören könnte, das Ganze, diesen ganzen Prozess, ja. So, und zweiter Punkt, ständige Preisänderungen und damit Inflation und Deflation, ja. Deflation ist ja immer das Gegenteil von Inflation, ja. Das ist alles vice versa sozusagen, ja. Also wir haben ständige Preisänderungen, sind also völlig normal, ja. Wir finden jeden Tag ändern sich die Preise ständig, ja. Das geht ständig auf und runter, ja. Überall wird verhandelt. Überall ändert sich das Angebot irgendwo oder die Nachfrage oder beides gleichzeitig. Dann im Ausland steigen die Kosten. Importpreise erhöhen sich oder gehen runter. Es passiert hier jeden Tag ständig irgendwo was, ja. Und damit ändern sich auch ständig eben die Preise komplett. Und das ist auch völlig gesund und völlig normal, ja. Nur wenn das Ganze halt dann aus dem Ruder läuft, dann wird es halt kritisch, ja. Also wenn die Inflation zum Beispiel höher als 2% wird pro Jahr, dann könnte es, dann wird die EZB, haben wir ja im letzten Teil, im ersten Teil gelernt, dann wird sie tätig, ja. So schön langsam wird sie dann nervös, ja. Aber ansonsten ist das eben alles völlig normal. Und das ist eben das Ergebnis oder die Folge von den Umständen auf den jeweiligen Märkten, ja. Oder eben auch der Verhandlungsergebnisse, ja, wie die Leute eben miteinander verhandeln, liebe Leute. Ja, so sieht es aus. So, dann haben wir das heute hinter uns gebracht. Das war jetzt ein bisschen komplizierter, ja. Aber das, Inflation ist eben auch ein bisschen komplex und kompliziert, ja. Deswegen kann man es auch irgendwo nicht einfacher machen, ja. Und ich finde, wenn man das dann so einfach macht wie in manchen Schulbüchern, ja, oder überhaupt Lehrbüchern, ja. Angebot, Nachfrage, Nachfrage ist größer als Angebot, also steigen die Preise, ja. Damit, glaube ich, kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen, ja. Zumindest, wenn man bestrebt ist, das ein bisschen zu verstehen, ja. Da muss man schon ein bisschen tiefer einsteigen, so wie wir das heute hoffentlich gemacht haben, ja. Okay, wollen wir mit unserem Freund Albert Einstein wieder schließen, ja. Mache die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher, ja. Das muss immer unser Ziel sein, ja. Und damit herzlichen Dank, ja. Bleibt einfach und bis bald, ja. Tschüss, ciao und servus. Goodbye.